Andere Länder, andere Sitten, gleicher Virus. In England greift der Vier-Stufen-Plan von Premierminister Boris Johnson. Schottland-Wales und Nordirland haben eigene Corona-Pläne. Anja aus Neu-Ulm ist nach Brighton in England ausgewandert. Brighton ist ein beliebtes Urlaubsziel, liegt an der Küste des Ärmelkanals und ist etwa eine Zugstunde von London entfernt. Durch die Medien gehen Bilder von feierwütigen Briten, weil da vieles schon wieder möglich ist, wovon wir hierzulande, naja, noch träumen dürfen. Anja ist mir jetzt aus England via Chat zugeschaltet. Hallo Anja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wie sieht es denn aktuell in England aus, was die Corona-Lage angeht? Ja, hier in England ist natürlich die Lage, was Corona betrifft, mittlerweile durchaus etwas entspannter. Also mal als Beispiel hier in der Region, wo ich bin, ist die Sieben-Tage-Inzidenz momentan bei 19. Und rund 33 Millionen in Gesamt-UK haben mittlerweile ihre erste Impfung, 12 Millionen schon die zweite. Und wenn alles nach Plan läuft, dann sollen bis Ende Juli alle Erwachsenen wenigstens ihre erste Impfung gehabt haben. Insgesamt läuft hier eigentlich alles mit den Lockdown-Erleichterungen nach dem Vier-Stufen-Plan, der Roadmap von Boris Johnson. Zurzeit sind wir also in Stufe 2. Und das sind also schon einige ganz schöne Lockerungen, die wir da momentan genießen können. Eine Inzidenz von 19. Da sind wir noch ein kleines bisschen von entfernt. Was die Lockerungen angeht, Anja, gib doch bitte mal ein paar Beispiele. Warst du selber schon im Pub? Wie sieht es denn da aus? Also ich glaube, die meisten Engländer haben sich natürlich gefreut, dass die Pubs endlich wieder aufgemacht haben. Wobei die Bilder, die man aus London so im Fernsehen gesehen hat, die waren schon etwas übertrieben. Also ganz so wild ging es hier nicht zu. Ich bin aber auch im Pub gewesen. So ist es nicht. Und da hat man dann ganz brav seine Test-and-Trace-App genommen, um sich dort einzuloggen quasi. Was wir natürlich hier auch sehr schön finden, ist, dass die Fitnessstudios wieder aufhaben. Es haben alle Geschäfte wieder auf. Die Schulen haben auf. Die Kinder testen zu Hause zweimal pro Woche. Friseure, Nagelstudios ist wieder auf. Outdoor-Geschichten wie Zoos und Themenparks sind wieder auf. Wobei die Pubs und solche Geschichten, die haben also nur im Outdoor-Bereich im Moment auf. Also draußen darf man sitzen, man darf reingehen auf Toilette oder so, aber Indoor halt sitzen ist noch nicht gestattet. Das ist aber insofern gar nicht so schlimm, weil momentan ist der trockenste April, den die Engländer hier wohl je hatten. Und von daher spielt uns da sogar der Wettergott in die Karten. Pubs, Fitnessstudios, Schulen, Geschäfte, Zoos, alles auf. Ein Traum. Wie sieht es denn in Sachen Kultur aus? Theater, Kino, Konzert, Club? Was ist damit? Kultur und Veranstaltungen liegen hier im Moment auch noch so ein bisschen brach. Also Kinos oder Konzerte, Veranstaltungen sind im Moment nur als Drive-In oder Outdoor-Konzepte möglich. Ab dem 17. Mai startet die nächste Stufe. Da geht es dann schon, dass größere Sportveranstaltungen und Konzerte wieder möglich sind. Ticketverkäufe laufen da auch schon. Insgesamt kann man sagen, die Leute, finde ich, gehen das Ganze hier positiver an. Die mäkeln nicht so viel an den Maßnahmen. Sie versuchen, das ihnen Mögliche umzusetzen und ihren Teil dazu beizutragen, schneller wieder zu einer neuen Normalität zurückzukehren. Ob das jetzt durch Abstand halten, Maske tragen, Hygiene, Impfung oder die Test-and-Trace-App vom NHS ist. Wir sind froh über die Lockerungen und machen natürlich alles Mögliche, um uns die auch zu erhalten. Vielen Dank, liebe Anja. Anja hat lange in Neu-Ulm gelebt und ist dann nach Brighton in England ausgewandert. Bei ihr liegt die Inzidenz bei 19 und vieles ist schon wieder möglich. Dahin kommen wir in Deutschland und in Schwaben hoffentlich auch bald. Ich freue mich jedenfalls schon auf den ersten geöffneten Biergarten mit Live-Musik. Ich bin Paolo Percucco. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.